Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Peter, das ist bestimmt das allerschönste Baumhaus auf der ganzen Welt. Du bist die Erste, die es sehen darf. Ich will dir aber auch noch etwas anderes zeigen. Ist der das? Dein Schatz? Wo hast du denn die Uhr her? Die hat meinem Vater gehört. Sie erinnert mich immer an ihn. Er ist tot. Genau wie meine Eltern. Jetzt, wo du mein Geheimnis kennst, müssen wir uns für immer etwas schwören. Einverstanden. Und was? Na ja, ähm, ewige Freundschaft. Au ja. Und was sagen wir? Ähm, sie muss mindestens 1000 Jahre halten. Und wir müssen uns jedes Jahr hier treffen. Egal wie alt wir sind. Und wir dürfen den anderen niemals verraten. Niemals. Also, heb jetzt deine Hand zum Schwur. Egal was du hörst oder was die Leute dir sagen. Dieser Schwur wird uns auch 1000 Jahre tragen. Wir treffen uns hier, egal wie alt wir sind. Freunde für immer. Wir vertrauen uns blind. Sag, Dugi, Dugi, Du. Hier sind nur ich und Du. Einer für zwei. Wir sind vereint. Das ist mit diesem Schwur gemeint. Und jetzt gibt's nur noch eins zu tun. Dugi, 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 Du. Hier sind nur ich und Du. Einer für zwei. Wir sind vereint. Das ist mit diesem Schwur gemeint. Duki-duuki-duki-du, hier sind nur ich und du. Einer für zwei, wir sind vereint. Das ist mit diesem Schwur gemeint. Einer für zwei, wir sind vereint. Das ist mit diesem Schwur gemeint.